Ja, Samstagmorgen. Erster Urlaubstag quasi. Wir stehen hier vor dem Briloner Rathaus. Der Ruttersteig ist heute unser Ziel. Der Markt ist hier auch. 150 Kilometer oder sowas sind es. Die laufen wir natürlich nicht heute, sondern heute geht es erstmal nur nach Niedersfeld. Das sind 28 Kilometer. Mal schauen, wie es heute so wird. Ja, Brilon lassen wir jetzt so langsam hinter uns. Irgendwie sind man, oder ist man natürlich, diese Wege hier alle schon gelaufen. Aber jetzt so am Stück muss man schon sagen, schöne Streckenführung hier, das Briloner Krankenhaus. Traumhaftes Wetter natürlich zum Wandern heute. Kurzer Blick auf Brilon, in der Mitte gut zu erkennen, die Kirche. Ja, man kennt sich. Wir sind hier am Bohrberg. Und genau dort waren wir quasi letzte Woche schon einmal. Langsam kennen wir hier vermutlich jede Bank und auch fast jede Hütte. Ja, bisher glaube ich 8 Kilometer haben wir jetzt gelaufen. Im Schnitt sind wir beim Fünfer derzeit. Das heißt, es läuft echt recht gut. Mal gucken, wie es weitergeht. Das heißt, es läuft echt gut. Mal gucken, wie es weitergeht. Das heißt, es läuft echt gut. Mal gucken, wie es weitergeht. Das heißt, es läuft echt gut. Mal gucken, wie es weitergeht. 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 So, andere Seite, das da oben, das war der Habberg, wo wir runtergelaufen sind. Dann ging es direkt hier hoch auf Ginsterkopf, wo wir jetzt sind. Es geht bis jetzt, oder beziehungsweise dann geht es jetzt gleich wieder natürlich runter. Dann laufen wir auf dieser Weg, aber sehr reizvoll. Das ist der neuen Aufstieg, wo wir gerade hergekommen sind. Ja, beim Ginsterkopf habe ich gedacht, wir wären hoch, aber nur ein paar Meter weiter. Da unten kommen gerade auch welche, da sind wir hoch. Es ist echt Hammer, der Aufstieg, aber der Ausblick, Hammer auch. Ja, völlig außer Atem, von dort unten kommen wir hoch. Hier geht es jetzt noch ein Stück. Wir gehen hier ein Stück vom Brillaner Kammweg übrigens auch. Da ist meine Frau genauso außer Atem wie ich. Und Balou ist langsam auch müde, aber wir haben erst die Hälfte der Strecke gelaufen. Das heißt, so 14 haben wir, 14 müssen wir noch. Das wäre dann unser erster Tag vom Rothaarsteig. Ich hoffe, dass die restlichen Tage genauso werden wie heute. Das ist ja echt wunderschön hier. Und auch sehr windig. Ich bin ein Stück. Wir sehen uns im nächsten Mal. Sponsort bei der Sparkasse. Ja, irgendwas um die 23 Kilometer haben wir jetzt. Es ging eben noch mal einen richtig langen und fiesen Berg hoch. Der hat noch mal echt alle Kraft gekostet. Irgendwie fühle ich mich heute sowieso nicht so richtig topfit. Aber 5 Kilometer haben wir circa noch vor uns. Ich hoffe, dass nicht mehr allzu viele Berge kommen. Ja, die Blaubeerzeit hat angefangen. Hier überall an den Rändern. Als kleine Zwischenstärkung gar nicht mal so schlecht. Ja, immer wieder leider total vermatschte Wege. Muss man hier ein bisschen drum herum gehen. Und dann fragen wir uns, gibt es einen Unterschied zwischen Blaubeer und Heidelbeeren? Lecker waren sie auf jeden Fall trotzdem. Und wir laufen hier weiter. 3 Kilometer müssen wir circa noch. Und ich habe mittlerweile nichts mehr zu trinken. Ich habe wohl etwas knapp kalkuliert. Das wird noch eine harte Zeit jetzt. Jetzt sind wir an Langenberg, höchster Berg Nordrhein-Westfalen. Jetzt vom Ziel in der Hochheidehütte. Kurze Pause. Ja, Tag 1. Die erste Etappe vom Rotersteig ist für uns eigentlich vorbei. Es sind nur noch, ich glaube, 300 Meter oder so was. 30 Kilometer sind es letztendlich geworden. Mit dem besten Wetter. Und morgen dann Etappe 2. Zum Kala Asten. Zum Kala Asten hoch. Das wird auch kein Spaß. Aber von einem Höhenmeter lagen wir heute bei knapp 1000 hoch. Ich glaube so um die 600 runter. Auch das war nicht besonders spaßig. Auch das war nicht besonders spaßig.